Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Sie sind alle entlassen. Bankrott? Mehr Glück beim nächsten Job. Das ist nicht das Leben, das ich dir versprochen habe. Nicht mal annähernd. Nicht mal annähernd. Mädels, ich glaube, ich habe eine Idee. Pity Barnum, zu Ihren Diensten. Ich stelle eine Show auf die Beine. Und ich brauche einen Star. Jeder von uns ist was Besonderes. Und keiner ist so wie die anderen. Darum geht es in meiner Show. Bereit? Showtime. Also hier sind wir. Jetzt geht's. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es hat noch nie jemand etwas verändert, in dem er so war wie andere Ich kann nicht einfach weglaufen und mit dem Zirkus ziehen Warum nicht? Ich meine, du hast eindeutig Talent für das Showbusiness Showbusiness? Noch nie davon gehört Weil ich es gerade erst erfunden habe Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017